Die schnellste Damen! Zander Keller aus Stadt Nummer 90 Gestern in Erscherlaut dritte Zeit Zander Keller aus Stadt also hier bei der Leidingsklasse mit den Beinverdachtsmaschinen rum Ihr Einsatz, also was für Leistung Sie schnellste Damen sind Heute Morgen im Seintraining Zander Keller wo gestern den zweiten Jahr nicht mehr fahren können Sie hat ein bisschen zu klein mit Corona und hat keine Kraft mehr aber der zweite Jahr Sie hat gesagt, ich hoffe, heute wenn wir an einem Sonntag nicht da sind auf unserem Trennplatz dann wollte ich mit der Leidings zeigen was es geht Sie hat im Seintraining schon mal vorgeleitet mit der Star-Wall-Nirzi ist sie gesamtlich gewesen im Seintraining da wo viele, viele Herren also starke Leistung des Sander Keller So, ein Rolli mit der Seder Keller bei der Leidingsklasse für die Volksklasse der Sigrid und die Zone der SanderÄ im Seintraining Ihre Aufmerksamkeit Alle, doch gut! ... und dann an den Kältern. Das ist der Kälter. Und dann an den Kältern. ... und dann an den Beinen. ... und dann in den Hüften. Die ist schon noch auf Platz 4. Und da wir lassen sich im Moment schnell unterwegs. So, und die Wälder schieben. So. ... und dann über die Hüfte. ... und dann über die Hüfte. ... und dann in den Hüfte. ... und dann aus dem Ortful». upper- ist eigentlich eine ... und dannius- Eich? Untertitelung des ZDF, 2020 Letzte Kurve, dann geht es rein in die Luft Noch drei Wellen, noch zwei, noch eine Und das ist der Sieg für Zanderkeller mit der Startnummer 90 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ein Siegerbild für die Zeitung hier im Töustalt-Kategorie Ladies mit der Siegerin Sandra Keller.